Das Dorf schneller ablaufen. Ah, okay, wir können das in... Ah, mehrfacher Geschwindigkeit ab... Okay. Das machen wir jetzt aber nicht, denn jetzt will ich erstmal weiter hier hinten... ...ein riesiges Wohngebiet erschaffen. Aber ein riesiges, riesiges Wohngebiet. Und zwar führt das dann nach hier... Oh, ähm, nein, warte mal. Wir wollen natürlich erstmal eine normale Straße nach... ...hier. Dann wollen wir... ...hier noch lang. Dann wollen wir erstmal... ...hier die Straße bis nach dort führen. Genau. Hier machen wir dann... ...so einen Weg. Das sieht schick aus, das sieht echt gar nicht mal so schlecht aus. Von hier aus nochmal gerade nach oben. So. Nach dort. Und... Alles klar, geh weg. Kann ich das wegmachen? Ah. Nicht genug Geld... Oh, wir haben nicht genug Geld. Okay, schön. Ist natürlich nicht so gut. Können wir das hier nicht... Ah, okay, dass dieses kleine Dings war... Okay, machen wir das... Ja, so geht doch... Oh, so geht viel schneller. So geht viel schneller. Moment mal eben. So. Tut mir leid, eine kurze Unterbrechung. So, dann haben wir hier hinten später ein riesiges Wohngebiet. Die siedeln sich hier auch schon super an. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Haben wir hier alles eingefärbt? Hier haben wir noch ein kleines Stückchen vergessen. Die brauchen aber natürlich alles Strom. Das heißt, wir müssen gleich erstmal unbedingt... ...neue Strommasten bauen. Nach hier. Hier hin. Jetzt haben wir nicht genug Geld. Na genau, jetzt haben wir nicht genug Geld. Jetzt müssen wir noch warten, bis wir ein bisschen Geld bekommen. Das heißt, wir können ein bisschen vorspulen. Wodurch wir noch um... Oh ja, wir... Oh ja, schön viel Geld. Das heißt, wir bauen... ...hat es bereits belegt. Nicht genug Geld. Sollen wir es bis hier hin machen? Bis hier hin bauen? Genau. Jetzt ist die Straße da aber am Weg. Shit. Können wir es hier irgendwie? Ne, können wir nicht. Dann müssen wir hier neu anfangen. Was machen wir von hier nach hier? Jetzt haben wir nicht genug Geld. Jetzt müssen wir wieder warten ein bisschen. Okay. Wie viel brauche ich denn? 900? Oh, Wasserrohre sollten wir erstmal verlegen, würde ich sagen. Wasserrohre sind, glaube ich, wichtig. Ja. Einmal komplett unter der Straße. Nicht genug Geld. Nein. Shit. Jetzt haben wir genug Geld. Wieder warten. Das kostet 1000. Ja, wir machen ein ganz gutes Plus. Also von daher geht es eigentlich relativ schnell. Das können wir... Ja, doch. Geht alles klar. Die besiedeln sich ja auch... Die siedeln sich ja alle super schön an. Das ist sehr, sehr geil. Das ist sehr, 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 sehr geil. Was war das nächste für eine Bevölkerung? Würde ich sagen. Ja, die schicken wir hier hinten. Die stellen wir hier hinten irgendwie hin. Hier? Von eigentlich können wir die hier direkt an... Naja, am Anfang ist auf jeden Fall scheiße, würde ich sagen. Ah, wo können wir die denn hinstellen? Ich würde echt hier hinten beim Industriegebiet... Hier, hier hinten... Wir brauchen aber erstmal 4000 dafür. 4000 brauchen wir. Das stellen wir hier hin. Hier kommt eine Mülldeponie hin. Oder halt hier. Hier so. Hier ist super. Dann müssen wir jetzt warten, bis wir 4000 Geld haben. Obwohl... Will ich die jetzt schon bauen? Ich weiß es nicht genau. Was habe ich hier nochmal? Gesundheit. Ah, Arztpraxis. Ja, das ist auch... Das ist auf jeden Fall richtig wichtig. Was haben wir hier? Ah. Herzartige Gebäude. Das können wir... Ah, das können wir auch alles freischalten. Cool. Statue der Industrie. Industriegebiet mit 10... Oh. Eieiei. Eieiei. Okay. Ähm, Meilensteine. Was kommt als nächstes? Oh, warte mal. Oh, Leute. Wir haben eine Bevölkerung von 1000 schon erreicht. Ui. Super. Wir haben 2000. Sehr gut. Können wir hier jetzt die Mülldeponie hinstellen? Brauchen wir ein paar mehr Mülldeponien? Ich weiß es nicht. Dann packen wir hier noch eine hin. Oh, das war eine Arztpraxis. Egal. Dann haben wir zwei Arztpraxisen. Arztpraxisen. Okay. Ähm, dann will ich das einmal kurz wegmachen. Das ist eine Arztpraxis. Richtig. Grundschule. Oh, wir haben zwei Grundschulen gebaut. Habe ich nicht eine Arztpraxis gebaut? Feuerwoche? Feuerwoche? Polizeiwoche? Oh. Ja, dann will ich bitte diese Grundschule einmal nehmen und hierhin verschieben, würde ich sagen. Guck mal, da lachen sie gleich alle. Okay, dann müssen wir erstmal Wasser. Jetzt brauchen wir erstmal echt die Rohre. Wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld. Guck mal, bis hierhin können wir auf jeden Fall schon mal Wasserrohre verteilen. Die brauchen da auch unbedingt Wasser. Verdammt. Komm, ganz schnell. Wir brauchen ganz viel Geld. Ganz viel Geld. Ganz viel Geld. Neue Dienstleistungen. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß das alles. Wir müssen halt echt erstmal diese Rohre bauen. Sonst krepieren unsere Menschen. Unsere Menschen krepieren. Das können wir nicht. Hallo, Ed Bürgermeister. Schon mal davon gehört? Neue Studien von Wissenschaftlern haben. Danke. Können wir unsere Stadt eigentlich umbenennen? Los Palmas, Richtlinien. Oh, ja. Oh, 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 oh. Wie nennen wir unsere Stadt? Oh, in einer Bildschirm hier. Oh, shit. Das Kabel ist ein bisschen locker. Verdammt. Egal. Ah, ich überlege mir einen guten Namen. Falls euch was einfällt, könnt ihr das doch gerne in die Kommentare schreiben. Errungenschaft freigeschalten. Singing in the whatever. Es regnet. Wir haben 800 Geld. Okay. Können wir erst mal bis hierhin bauen. Dann bauen wir gleich Rohre von hier bis hier. Und die verbinden wir dann gleich nochmal mit dem anderen da. Oh, da ist irgendwer krank. Verdammt. Ich glaube, hier ist wer krank. Ich glaube, hier ist wer krank. Jetzt ist er tot. Glaube ich. Oh, die siedeln sich hier zu schnell an. Ich muss das Gebiet gleich wieder weg machen, glaube ich. Die siedeln sich dort zu schnell an. Hier zu. Oh Gott. Wie soll ich das denn alles verpflegen? Guck mal, hier haben wir auch kein Wasser. Das muss alles bis dorthin gleich. 450. Na, mach ich mal hier hin. Hat das schon mal was? Was ist denn damit? Was ist denn hier los? Was will der? Was ist da? Gebäude, nur wenigen Kunden besucht. Ja, es gibt genügend Wohngebiete. Allerdings könnte ich nochmal die Straße hier von dort nach dort führen lassen. Wenn ich das Geld hätte. Damit die auch hier in diesem Gewerbegebiet einkaufen können, wisst ihr? Mach mal so. Bis nach dort könnten wir das ja machen. Mach ich das mal so. Ja, so sieht das gut aus. So sieht es gut aus. Wir brauchen 2800. Müssen wir schnell warten. Richtlinien. Auf Richtlinienfenster können sie Richtlinien für die ganze Stadt oder einzelne Stadt einrichten. Ja, das machen wir später alles. Das machen wir alles später. Wir brauchen jetzt erstmal dieses Geld. Dann. Wir können nämlich von dort hier hin. Ja. Gucken wir erstmal. Was gibt es denn so für Errungenschaften wieder? Achso, nee. Richtlinien. Wo hatten wir denn die Errungenschaften? Der Müll entürmt sich. Ich weiß. Okay, dann müssen wir als nächstes echt eine Mülldeponie bauen. Die bauen wir dann hier hin. Irgendwo. Irgendwo. Die bauen wir dann hier hin oder so. Ja, hier bauen wir eine hin. Komm schon. Noch 500. 500 Geld. Die brauchen da oben Strom und Wasser. Oh Gott. Ich hätte das vielleicht nicht von Anfang an so riesig bauen sollen. Ich hätte das, glaube ich, ein bisschen besser einteilen sollen. Aber egal. Wir bekommen das schon hin. Wir bekommen das schon hin, Leute. Wir bekommen das schon hin. Kann ich jetzt? Ich kann bauen. Supergeil. Okay, wir haben eine Mülldeponie. Das ist schon mal super. Wie sind denn unsere Finanzen? Was gibt uns denn am meisten bisher? Uiuiuiuiuiuiui. Stadtviertel festlegen. Stadtviertel? Rufen Sie Stadtviertelwerkzeug auf, um Stadtviertel hinzuzufügen. Ja, okay. Das machen wir. Warte mal. Warte mal. Hinzufügen und Ihre Industrie-Spezialisierungen. Oh. Das hier? Kann ich das irgendwie... Nee, ich will da... Okay, das gucke ich mir später nochmal an. Das mache ich erst später. So, wir brauchen erstmal jetzt hier... ...ne Straße. Bis noch dort. Nicht genug Geld. Genau. Scheiße. Scheiße. Oh Gott. Und wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Das hier müssen wir jetzt auch mit dem erstmal verbinden. Mit einer geraden Straße bitte. So, damit die hier auch durchkommen. Die kommen ja da gar nicht lang. Ähm, und dann will ich da bitte... ...Gewerbegebiet haben. Danke. So, Straßen. Gekrümmt. Von hier... ...da hoch... ...bis nach... ...dort. Oder? Das kostet 2.900. Da müssen wir jetzt halt noch warten. Kann man euch das anders so vielleicht? Nee, ich will das schon von oben... ...so irgendwie haben. 3.000. Da oben kostet das nur... Ja, machen wir das mal bis hier hin. Was ist jetzt das so ein Weg? Hier können wir es ja machen. 2.900 kostet das. Wie war das? Irgendwo konnte ich gerade hinsch... Hm. Hier will ich Sinn haben. Komm schon. Komm schon. Ich brauche das Geld. Gib mir dieses Geld für die Straßen. Geh weg. So. Dann haben wir hier nämlich jetzt... ...auch nochmal eine Straße. Die führt dann dorthin. Genau. Von hier die Straße... ...führt dann einmal nach da. Kostet aber auch wieder mega viel. Ah, ja, 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 ja. Hier kommt nochmal Wohngebiet hin. Kann ich nicht? Okay. Ja, wir brauchen auch erstmal wieder Wasser. Ah, ja, 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 ja. Wasser bis hier. Das kostet 1.600. Okay. Komm schon. Ich brauche Geld. Ganz viel Geld. Damit ich die ganzen Sachen hier... ...ja, den ganzen Dingen... ...überall Wasser geben können. Was ist das denn? Kaufen Sie neues Land. Ja, das machen wir alles später. Ja, ist okay. Das ist... ...jo. Alles klar. Und so. Ei, ei, ei. Hier können wir nochmal Wasser hinmachen. Hier muss auch Wasser hin. Mache ich dort Gewerbegebiete hin? Oder so? Guck mal, wenn hier Gewerbegebiete hin kommt... Ja doch, die Leute fahren hier ja lang um... ...um in die Stadt zu kommen. Also um in die Wohngebiete zu kommen. Dann passt das eigentlich ganz gut, um hier ein Gewerbegebiet hinzumachen. Alles fresh. Neue Dienstleistungen. Ja, alles klar. Okay, wir haben wieder Geld bekommen. Jetzt haben wir Landschaftsbau, Parkplätze und so. Ei, ei, ei. Wir kriegen hier ja mega viel. Ich bin voll überfordert. So. Dann brauchen wir hier aber auch erstmal Wasser. Wo ist denn hier... Dort endet das Wasser. Genau. Nach dort. Nach da. So, dann brauchen wir aber auch noch Strom. Zack. 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 Dort hin. Dort hin. Oh Gott. Irgendwie hier... Hier können wir es ja machen. Okay. Hier müssen wir nochmal neu hin machen. So. So. Irgendwie haben wir das schon verknüpft. Super. Ähm, dann... Wo habe ich weitergemacht? Die hatte ich weitergemacht. Die brauchen natürlich auch alle Strom. hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier. 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 Passt. Ähm. Kann ich hier rüber irgendwie... Ja, bis hier kann ich das machen. Oh, dann haben wir da jetzt aber keine... Oh. Dann haben wir jetzt keine Häuser mehr. Als wir die Häuser gerade abgerissen haben, ist das Haus glücklicher geworden. Und ich glaube, die mochten ihre Nachbarn nicht. Hm. So, dann haben wir da jetzt erstmal Strom. Überall. So. Gehört der Strom dann auch alles angetrieben. Passt das? Ja. Passt. So, können wir nochmal neue Wasserrohre verlegen. Einmal bis noch. Dort. Einmal bis noch. Dort. Super. Und hier nochmal lang. Dorthin. Und dorthin. Perfekt. Hier wird einfach nichts angesiedelt. Das ist doch Gewerbegebiet, oder nicht? Ja, das ist Gewerbegebiet. Oh Mann, ey. Das ist aber ein bisschen doof. Das stört mich gerade so ein bisschen. Egal, wir können Gebäudes abgeb... Was? Oh Gott, wir brauchen Feuerwehrmänner. Arztpraxis brauchen wir auch langsam mal. Feuerwache kostet 12.000, ey. Polizeiwache kostet auch 12.000. Darf haben wir eine Grundschule schon mal. Kleiner Bar kostet 1000. Ja, nee, das machen wir jetzt nicht. Das können wir jetzt gar nicht bauen. Das ist ein bisschen problematisch. Schlechte Gesundheit. Ja, ich weiß. Ich hab kein Geld. Das ist mein Problem. Äh... Ich hätte... Jetzt hab ich grad zu viel Geld für die ganzen anderen Scheiße ausgegeben. Ich bin ein Held. Aber jetzt brauchen wir erstmal keine Straßen mehr. Gar nichts mehr. Erdbohnen gleich machen, damit Bewohner in der Stadt... ... die im Stadtviertel zufriedener sind. Sind das alles verlassene Häuser? Verlassen. Okay. Und wie mach ich das dem Erdboden gleich? Äh... Gebiet... Und dann irgendwie... Ah! Nee, das ist auch falsch. Hä? Ich bin hier mal verwirrt. Jetzt ist das Haus weg. Okay. Kann ich das Haus hier noch weg machen? Mann, Moment. So, das Haus weg. Kann ich nicht hier irgendwie... So. So gehen die Häuser, glaub ich, weg, oder? Das Haus ist auch abge... Oh Mann, Alter. Hier ist alles verlassen. So, hier ist verlassen. Die beiden Häuser sind auch verlassen. Das Haus ist verlassen. Die sind, glaub ich, krank oder so? Das Haus ist auch verlassen. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Aber es scheint so. Ich glaub, die ganzen Häuser werden langsam abgerissen. Hier, das ist verlassen. Genau, das hab ich schon abgerissen. Das hier kann weg. Das hier kann weg. Das kann auch weg. Da brennt alles. Das kann weg. Oh Mann, so viel, womit man sich kümmern muss. Das ist ja schlimm, ey. Ist das hier oben auch noch was? Ja, hier sind auch noch ganz viele Sachen. Ach Mann, ey. Okay.